Das ist mein Hund, Woody. Er ist mein bester Freund. Warum machst du eigentlich nicht mal etwas Sinnvolles in deiner Freizeit? Ich glaube, ich werde ein guter Feuerwehrmann werden. Hey, lass uns zusammen Spaß haben! Eure Tante Penty hat mir einen tollen Trick verraten, wie man einen Teig dazu bringt, schneller aufzugehen. Wie ich sehe, kennt ihr diesen Trick bereits? Ja, du hast völlig recht. Ich werde mal etwas ganz anderes machen, etwas Sinnvolles. Ja! Ich glaube, ich habe ihn überzeugt. Äh... Ich glaube, ich werde mal etwas Sinnvolles machen, etwas Sinnvolles zu verraten.